Blackbox Pyropolis, einer der 13 Schüsseler von Blackbox, gucken wir mal, hier NEM beträgt 212 Gramm, hier die BAM-Nummer, BAM F2 0701, auf jeden Fall wieder cooles Design, gucken wir mal rein, fetter Kasten wieder, ja, ich glaube, die ist ziemlich gut, ich habe mir die Videos mal angeguckt, habe mir die mal bestellt, weil ich die unbedingt haben wollte, Blackbox ist ja sowieso an sich eine supergeile Firma, hat mich noch nie enttäuscht, relativ stabile Qualität jedes Mal, ja, und dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß bei dem Test. Sobrechen